Ich bin der Thomas. Ich bin seit 2011 bei Lässig. Bin ganz froh darüber, dass ich hier gelandet bin. Ich hatte, bevor ich bei Lässig angefangen habe, Umschulung gemacht, als Import-Export-Zoll-Sachbearbeiter. War nur Bürojob, war nicht so meine Welt. Lässig habe mich eingeladen zum Vorstellungsgespräch und jetzt bin ich schon seit acht Jahren hier. Ich bin der Supervisor. Ich bin Head of Logistics seit letztem Jahr im Hauptlager in Weiskirchen. In dem Feld, wo ich bin, ist es sehr abwechslungsreich. Mein Team ist super, die Leute bei Lässig sind super. Man kann sich zu 100% auf die Leute verlassen und haben während der Arbeit auch viel Spaß. Und das ist so das A und O, wo ich sage, Arbeit läuft, Team ist gut, alles perfekt.